Nachdenkseiten Die kritische Website Selensky-Besuch. Brot und Spiele Von Tobias Riegel Für ein herzliches Du macht der Kanzler alles. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky war geprägt von der bereits bekannten Unterwürfigkeit von deutscher Seite und von zähem Pathos, das der Ablenkung dient. Gegenüber dem Personal aus der Ukraine gelten bekanntlich besondere Gelten. Da ist keine Forderung zu dreist, keine Waffenlieferung zu riskant und keine Beschimpfung zu unverschämt. Für die Bürger bleiben die negativen Folgen von Wirtschaftskrieg und Waffenlieferungen. Zum Ausgleich bekamen sie nun ein bisschen emotionales Theater. Der ukrainische Präsident hat bei seiner aktuellen Welttournee auch in Deutschland Station gemacht. Nun ist der Zirkus weitergezogen. Dass Selensky ein sehr begabter Politdarsteller ist, wurde oft geschrieben. Auf den Nachdenkseiten etwa im Artikel Karlspreis für das Kriegsmaskottchen. Zitat Hintergründe zum Karlspreis selber finden sich verlinkt innerhalb des Artikels. Viele Medien waren natürlich höchst angetan von Selenskys Deutschlandbesuch, vor allem, weil die zur Schau getragene Herzlichkeit zwischen Wladimir und Olaf das schwierige Verhältnis zwischen den Regierungen wegen des deutschen Zögerns bei Waffenlieferungen heilen könne. Ein Zögern, das sich, zulasten der Interessen der Bürger hierzulande, längst ins Gegenteil verkehrt hat. Das ganz offensichtliche Polittheater wurde von vielen Journalisten und Politikern erwartungsgemäß als relevante politische Veranstaltung dargestellt. Diese verzerrende Praxis ist nichts Neues, aber sie ist immer steigerungsfähig. Einmal mehr wurde auch eindringlich demonstriert. Für ein lieber Olaf von Seiten Selenskys bei einer Pressekonferenz ist unser Kanzler bereit, handfeste, ökonomische und sicherheitsrelevante Interessen der eigenen Bürger hinten anzustellen, milliardenschwere und riskante Waffenpakete inklusive. Der Besuch war mutmaßlich vor allem an das deutsche Publikum gerichtet, mehr als an die Politik. Das erlebt ein Feuerwerk an inszenierter Moral. Und all das in die Hauptstadt gebrachte Tamtam ist schließlich der Lohn, der die Bürger erwartet für die Einbußen, die aus dem Wirtschaftskrieg mit Russland entstehen. Der einzige Lohn übrigens. Nach dem Motto, die billige Energie und die Entspannung mit dem einstigen Gegner sind zwar nun weg, aber schaut, liebe Bürger, dafür bekommen wir ganz viel moralische Unterstützung aus Ukraine und USA und Hollywood-reife Inszenierungen eines triefenden Kriegspathos. Sogar der Popstar der Kriegstreiber macht bei uns Station. Einfach ein gutes Gefühl. Brot und Spiele. Wobei zur Ablenkung die Spiele nun mehr und mehr in den Vordergrund gerückt werden, während das Brot durch die Regierungspolitik verteuert wird. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.